Ich sehe es nicht als Job. Der Job ist Koffer packen, Reisen. Das ist der Job. Dafür werde ich bezahlt. Auch wenn ich da stehe mit den 1.500, 6.000, 10.000, alles vergessen. Selbst der Loco Dice ist wir. Weil ein Loco Dice ohne Team wäre auch nicht nur Loco Dice. Das ist das Geile in Düsseldorf. In Düsseldorf kannst du jeden Abend schlämmern gehen. Lecker. Und am nächsten Tag musst du die Soßen wieder abtrainieren.